Gut, dass wir eine Behausung haben. Geh nicht raus, ne? Nee, nee. Guck durch den Schlitz. Äh. Da ist er. Ich soll was zum Essen finden. Oh! Die machen unser Haus kaputt. Und wir selber auch, ne? Ja. Ich versuch mal jetzt. Ich drück mal Z. Drück du mal auch schnell. Hast du? Nein. Nein, mach! Hab ich doch schon. Mensch, das war ein Gag. Ach, scheiße. Der war aber unangebracht. Oh! Hast du das gesehen? Der hat das kaputt gemacht. Das ist aber neu. Ja. Ich muss was trinken und ich muss was essen. Ach, Mist. Stein. Pass auf hinter dir. Ich hab grad's hier repariert. Ach so. Oh. Ach so? Oh. Hier zu laut. Ja, bei mir geht's. Bei mir geht's. Die schreien hier und stehen. Kann man das gar nicht gleich sein machen? Ach, bei Gameplay. Okay. Okay. Oh, die klingen eigentlich freundlich. Ah, Mist. Aua. Oh, schon wieder mein Feuer kaputt. Ich kann das nicht fertig bauen. Doch, ich kann's fertig bauen. Gut. Ich hatte noch genug Teile. Früher sind die da reingelaufen, ne? Das haben irgendwo alles gefixt. Oh. Die machen unser Haus kaputt. Oh, er hat schon mehr kaputt gemacht. Ah, er brennt. Er brennt. Nee, er brennt nicht. Oh, der brennt ja doch. Ich glaub, einer ist weg. Kann das sein? Ja. Es waren drei auf jeden Fall. Oh, jetzt mal ein Set. Hauen die ab? Nee. 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 Komm, geh ins Feuer. Wir haben ja noch nicht die Sachen gefunden, die man so braucht, ne? Ich muss was trinken. I. Hallo? Oh, hallo. Kombinieren. Wie ging denn das noch? L? Oh. Ach. Oh, die lose Kuh. Die brennt aber jetzt. Ich auch nicht. Er ist tot. Äh, sie ist tot. Geh mal schlafen. Meinst du, das geht? Ich hoffe. Nee, solange hier einer rumhantiert. Oh. 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 Kann das Haus nicht mehr reparieren. Ja, komm. Dann bleibt uns nichts anderes übrig. Oh. Hier sind zu viele. Oh. Weggeratzt. Pass auf. Komm, wir müssen zusammenbleiben. Ja. Der Arsch. Oh. Hinter dir. Das geht easy. So. Stöcker sammeln. Sachen sammeln. Freuen wir nur schnell aus. Hast recht. Wir bauen die, legen die alle auf den Haufen. Nein, nicht beim Haus. Das stinkt. Legen die hier hinten beim Baum. Beim Baum. Was hältst du davon? Geh. Ach ja. Oh, hier sind Knochen gewesen. Ich hab mal einen gesammelt, ne? Mhm. Gut, ich mach mir da mal was zu essen. Ja, das müsste ich auch. Nee, wir machen erst mal schlafen. Komm. Ganz schnell schlafen. Ausnutzen, dass die weg sind. Huch. Z. Jetzt müsste Tag sein. Das dauert auch länger, ne? Sieht gut aus. Sehr schön. Jetzt machst du dir was zu essen. Hm, lecker. Hähnchen. Äh, keine Ahnung. Ich suche Stöcker. Nein, das geht nicht. Soll ich denn schon mal das mit der Schildkröte bauen, dieses Wasserdruck? Ja. Deswegen suche ich ja Stöcker, damit ich auch sowas bauen kann. Aber erst mal das kleine Feuer, das hat ja doch dann irgendwo gute Dienste geleistet, ne? Ja. Guck mal auf, Stöcker. Guck mal, da hinten sind auch die Container. Da finden wir dann andere Sachen. Und dann müssen wir mal sehen, hier liegt noch einer rum. Den bringe ich mal zum Lagerplatz. Ja, ich bräuchte auch was zu trinken, essen. Aber noch geht's. Ah, nun komm. Geht doch. Warte mal, das Feuerzeug kann ich doch jetzt wieder weg tun. Wir sollten uns eine Palisade da vorbauen. Was hältst du davon? Okay. Oh, hier ist ein Reh. Bleib stehen. Ja, ich sehe es. Krieg dich, ich krieg dich. Nein. Oh, ich konnte es einmal hitten. Dann siehst du ein anderes Reh. Ne, das rennt weg. Wir brauchen Pfeil und Bogen. Ah. Oh. Jetzt habe ich schon dreimal gehittet. Bleib stehen. Ist klar, durch den Stein. So. Glaub. Steine habe ich auch genug. Mist, bringt nichts. Oder wollen wir Spieker bauen oder wollen wir Palisaden bauen? Was findest du besser? Ich fand die Wände eigentlich ganz gut. Gut. Warte, ich komme schon. Ich baue Schelter. Ach, hier sind mehrere Rehe. Ach so. Jetzt verstehe ich. Da. Ich setze die mal nicht so. 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 Reicht. So, die erste. Der Wind rauscht in den Bäumen und ich fange gleich an zu träumen. So. Ich habe Hunger. Ach, du nimmst gleich den größten, dicksten Baum. Ja, wie immer. Ich muss bloß mir was zu essen suchen. Oh, falsche Richtung. Ja, ist gut. Ich werde mir mal schnell was ins Essen hauen. Äh, ins Feuer hauen. Du kannst ja schon mal weiter... Oh, warte. Oder lecker Mensch. Pssst. Pssst. Nichts sagen. Nee, die hauen dann irgendwann ab. Ich habe eine Möwe erledigt. Wir brauchen ja Federn. Und dann gibt es kein Nickel. Ab, nur klick. Klick. Gut. Ich habe ganz schön Hunger. Hey. Nicht auf unsere Behausung. Ich stehe da noch gar nicht. Aber ein bisschen. Ja. Ach, scheiße. Wollt essen. Mit Animation. So, jetzt geht es mir wieder besser. Ich habe aber Energie verloren. Erholt sich das wieder? Was meinst du? Ich glaube, man muss dieses Medip-Dose da nehmen. Ja, das will ich aber nicht. An das geht es, das glaube ich nicht. Das ging früher, aber da hatte sich das dann erholt. Oh, okay. Muss ich mal beobachten. Ah, ich bin nicht voll gesättigt. Achso. Warte mal. Ich habe mal noch einen Schokoriegel gegessen. Ein platt gedrücktes Fell. So. Mach mal ruhig weiter. Können ja noch Spieker davor setzen. Ah, das ist auch eine gute Idee. Aber erstmal machen wir eine Palisade drumherum, ne? Ja. Ne, er holt sich nicht. Bloß hier war ja blöd, hier war kein Trinkwasser in der Nähe, ne? Aber wir konnten ja noch so eine... Ach, ich habe ja mein Ding nicht gebaut. Ich mache jetzt erst die Palisade fertig und dann baue ich hier so ein Schildkröten-Wassersammel-Ding da, ne? Genau. So, nächster Baum. Hier war noch irgendwas zum Sammeln. Naja, egal. So, gleich geschafft. So, oh, oh! Was denn? Ich bin eben hochgeflogen. Wo hast du denn deinen Wassersammler hingesetzt? Ja, den habe ich auch vergessen. Achso, dann setze ich den jetzt erstmal hier neben dem Haus hin. Hier. B wie Baum. Achtung, Baum kommt zu dir. Ich kann da jetzt nicht. Ich bin jetzt beschäftigt. Food and Water. Da. Ja, meinetwegen. Bin da. Ich kann auch mal meinen bauen. So, jetzt muss ich... Bleib hier. Ich will dich töten. Hier liegt noch eine Mauke. Was war das? Ich habe bloß ein Zischeln gehört und ein... Wie hast du denn das gemacht? Wie hast du denn das gemacht? Ich bin am Feuer vorbeigelaufen und scheinbar war ich zu nah dran. Achso. Achso. Trotz ich da schon so einen großen Bogen gemacht habe. Achso, ich kann das Haus abbegeln. Ja, genau. Ja, genau. Das müssen wir auch unbedingt machen. Dann brauchen wir... Wie geht denn das? Das hat uns den Arsch gerettet, ne? Auf jeden Fall. Aber wir waren ja so aggressiv. Früher konnte man auch eine brennende Axt bauen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Vielleicht braucht... Diesen Stoff hatte man... Hab ich. Ich glaube, man nimmt eine Axt und dann den Stoff und dann kann man das kombinieren. Ja, ich weiß aber nicht. Da gehört noch was dazu. Ich weiß jetzt nicht, ob das Harz war oder Alkohol. Warte, ich probiere das mal. Ja, hab ich probiert. Hat nicht funktioniert. Nee, nur Stoff und Axt. Mehr nicht? Ja. Guck dir. Ja, dann machen wir uns eine brennbare Axt erst mal nachher, ne? Muss ja jetzt nicht sein. Ich hab das schon mal. Ich baue jetzt erst mal weiter. Ja. Fünf Stück brauche ich noch. Jetzt brauche ich Wasser. Naja, wir bauen uns jetzt erst mal hier eine Mini-Basis, dass wir hier irgendwo was haben und dann gehen wir auf Erkundung, so wie sich das gehört bei diesem Spiel. Puff, puff, ein Baum fällt. Macht irgendwie schon richtig Spaß, das Baum fallen. Ja, klar. Und wenn wir dann nachher mal irgendwann richtig ausgestattet sind, dann gehen wir mal uns hier die Höhlen angucken und sowas alles. Im Zentrum der Insel gab es früher ein Dorf und da gab es auch einen Teich. Das muss ja hier auch nicht unsere Hauptbasis sein. Das ist halt eben nur unsere Notunterkunft. So, fertig. Ne? Genau. Huch. Das Haus ist repariert, ne? Gut. Du? Achso, ja. Okay. So, eine Palisade davor. So ein Ding setze ich mal davor, damit wir mal sehen, wie das aussieht. So ein Spieker. Einfach so, mal zum Testen. Wir gehen hier Raubbau an der Natur. Los, komm Baum, schneller. Oh! Ah, ich trinke gleich mal was. Ich habe ja hier noch so ein bisschen Soda. Ich glaube, das sollte reichen. Ne, eine fehlt noch. Ich kann keinen mehr ranbauen. Vielleicht von hier vorne? Achso. So sieht das denn aus. Sollte man denn auch nicht dagegen laufen. So, jetzt machen wir aber hier Palisade weiter, ne? Genau. Ich weiß bloß nicht wie, aber es egal. So, da brauchen wir noch ein paar Bäume. Ja, da brauchen wir noch ordentlich Bäume. Ich mache das denn hier so. Elf. Fallen können wir ja auch bauen. Ach, die hauen immer ab. Da hilft wirklich nur Pfeil und Bogen. Ich sammle jetzt erstmal die da hinten hier weg, ne? Ja, da müssten eigentlich genug sein. Scheiße. Wird das schon wieder dunkel? Ne, das täuscht. Seenebel. Unser Feuer ist weg, ne? Unser Lagerfeuer ist nicht schlimm. Ist ja nur ein... Einfaches gewesen. Vielleicht ist das jetzt so. Ich weiß es ja nicht. Wir haben das ja schon ewig nicht mehr gespielt, ne? Richtig. Also ich zumindest. Buche immer nur mal, wenn du das mal hier warst, zum Ausprobieren. Oh, hier liegt ja noch reichlich Holz. Aber wenn wir uns noch mal was bauen, dann in der Nähe von Wasser, ne? Ja. Wo wir dann Wasser haben. Oh, wie viel Holz hier rumliegt. Ja, wir brauchen auch noch reichlich... Da hinten der Riesenberg. Da hinten der Riesenberg. Da hinten der Riesenberg. Da hinten der Riesenberg. Faszinierend. Faszinierend. Und wir müssen uns ein... So ein... Für Loks müssten wir... Für kleine Stöcker müssten wir uns ein kleines Lager anlegen, ne? Ja. Weil die brauchen wir dann doch mehr. Erwischt. Habe ich alle Federn? Nein, die Feder! Meine. Ach, da kommt er mit. Warum nur einen? Ja, weil wir nur noch einen brauchen. Nein. Nein, du kannst trotzdem zwei mitnehmen. Dann lässt du den anderen da liegen. Wir sind ja noch lange nicht fertig. Ah, Mist, ich brauche... Ich brauche Wasser. Hast du keinen Soda mehr? Doch, ich habe noch Alkohol. Ich habe Soda gefragt. Ich bevorzuge Alkohol. Wasser werden wir erst am Morgen hier drinne finden. Ja, da warte ich so lange. Da ist wieder so ein Reh. Wie? Ich glaube, das kriegt man aber auch nur mit dem Bogen, ne? Ja, glaube ich auch. So. Oder eine bessere Axt. Na, da kommt es ja gar nicht dicht genug ran. So, wir brauchen wieder 13. Hier liegen bestimmt schon 30. Ja, das macht ja nichts. Dann trag die erst mal her. Dann verarbeiten wir erst mal das, was wir haben und dann sehen wir weiter, ne? Okay. Wie gesagt, das ist nur was Einfaches. Dann können wir noch ein paar Palisaden drum bauen. Hilfe. Hilfe. Was? Ich habe einen Baum umgehauen. Ich blute. Oh. Aber ich war gar nicht mal so wirklich unter ihm. Ah, danke schön. Na ja, dazu spielen wir im Koop. Oh, das ist ein bisschen die Fähigkeit. Okay. Vielen Dank.